Hallo und herzlich willkommen. Hier sind Silvia Eichhoff und Andrea Gunkler und wir wünschen dir viel Freude bei dieser neuen Folge von Malfreunde.fm, deinem Podcast für Kreativität und Lebensfreude. Aufzeichnung läuft. Hallo Silvia, wie schön, dass wir wieder zusammen sind. Hallo Andrea. Ja, jetzt hatten wir ja auch eine richtige Sommerpause quasi, für die Zuhörer nicht. Aber wir hatten eine. Ihr habt fleißig weitergehört und wir hatten eine Woche Aufzeichnose, weswegen ich mich jetzt umso mehr freue, Silvia wiederzusehen. Ja, geht immer genauso. Wir hatten eine superschöne Woche an der Ostsee mit klasse Wetter und ja, ein bisschen weniger malen, ein bisschen mehr schreiben, ganz viel im Strandkorb sitzen und die Sonne genießen. Das war wunderbar. Ja, mit ein bisschen wenig WLAN, deswegen hatten wir quasi eine kleine Zwangspause. Weil auch so warst du sehr still, aber das war ja toll, es ist ja schön, wenn man einfach mal entspannen kann und ja, aber jetzt habe ich mich auch riesig wieder auf dich gefreut. Schön. Ja und ich merke gerade, wir haben ein bisschen immer mal Aussetzer drin. Ich hoffe, dass es sich im Ton nachher bei der Aufzeichnung nicht so schlimm darstellt. Also ich habe manchmal so das Gefühl, unsere Leitung muss sich erst einpendeln. Ja, irgendwie hoch. Jetzt hätte ich beinahe das Wasser über den Laptop geschüttet. Ja, also ich habe jetzt nochmal alle Stecker irgendwie hier so ein bisschen fester gemacht, ob es daran liegen könnte. Ja, ob das jetzt die... Aber ich glaube, es liegt einfach am WLAN. Dem sind es wahrscheinlich nicht. Also ich glaube eher, das ist eher was mit der mit der Netzstärke, Bandbreite zu tun hat. Ich muss überlegen, ob ich nicht doch langsam mal, doch nochmal einen höheren Tarif mir besorge und ein bisschen größere Bandbreite zulege. Vielleicht mein Keller dann mal gemacht ist. Ich hoffe doch, dass das mal vorangeht jetzt. Es könnte nämlich auch hier an dem Raum liegen, weil ich bin hier so sehr in der Ecke und ich glaube unten in der Küche wäre es vielleicht anders, aber da ist der Halle dann wieder mehr, weil halt die gefließt ist und weiß ich nicht. Muss man mal ausprobieren. Ja und oben. Ja. Mein Raum direkt in der Nähe vom WLAN ist jetzt auch krank, weil mein Mann hat nämlich noch Urlaub und hinzugange. Ja. Und das würde halt mit dem Aufnehmen dann nicht fallen. Weswegen ich unten in meinem doch etwas vermissten Atelier sitze. Aber jetzt sagst du gerade wirklich sehr. Okay. Sag es nochmal. Weshalb du? Weshalb ich hier unten in meinem Atelier sitze, in meinem Dorsten Atelier, obwohl ich Mahlsachen mit hatte, aber das ist immer nochmal was anderes, als halt alles parat zu haben. Und jetzt hole ich gerade etwas, was leider verloren gegangen ist. Jemand wollte von mir Affirmationskarten haben. Die hatte ich auch. Die sind wunderschön geworden und dann sind sie auf dem Weg verloren gegangen. Shit happens. Also male ich nochmal neue. Das ist aber nett. Ist das jetzt schon zum zweiten Mal passiert? Nee. Nee. Zum Glück nicht. Okay. Dann ist es schon länger mal verloren gegangen, oder? Also es ist schon eine Weile her. Genau. War vor deinem Urlaub. Ja. Aber sie hat den Nachforschungsantrag gestellt bei der Post. Ah ja. Ich habe mich, dass da nichts mehr rauskommt, weil es ist ein, war eine ganz normale Briefsendung und ja. Also merke, die nächste Versichert-Schicken. Da hast du wenigstens, also was heißt Versichert, also du kannst dir eine Sendungsnummer halt geben lassen und es lässt sich so eine Sendung nachverfolgen. Ja. Machen wir dann. Gut. Und dann bleiben dazu. Genau. Und ich darf wieder Blümchen kritzeln. Das mache ich ja eh gerne von da dran. Ja. Das ist doch super. Ja. Und ich mache, glaube ich, noch mal ein paar Stempel heute. Ich habe die letzten Tage so Gesichtstempel gemacht und ich finde die irre witzig. Die sind nur, ja, die sind nur zweimal zwei Zentimeter ungefähr. Soll ich echt sagen? Ich habe hier ein genial. Nee, die sind ganz klein. Nee, ein bisschen größer. Großgebirge. Dreieinhalb. Ja, okay. Dreieinhalb mal zweieinhalb. Oder mal drei. Ja. Ja, die sind echt witzig irgendwie. Voll witzig. Also da kriegt man ganz schön viele aus so einer Platte raus und ich finde das gerade ganz spannend, weil die hat, also da hat jeder irgendwie so eine komplett andere Wirkung. Und ja, ich bin ja in dem Schnitzen jetzt zwar ein bisschen geübt, aber noch kein Profi. Und dann ist es so ein bisschen, ja, mal gucken, wie es wird. Und dann kommt echt immer was total klasse, mit einer total klasse Wirkung raus. Und das finde ich total spannend. Super. Ich habe ein Bild quasi gesehen, wo du mehrere Gesichter gestempelt hast. War das alles von einem Stempel oder sind da schon mehrere? Nee, ich habe drei bis jetzt. Cool. Ja. Sehr super. So und bevor wir jetzt in irgendein Thema einsteigen, das wir uns noch nicht überlegt haben, ich wette wir, wir finden gleich ein. Möchte ich anstelle einmal einer unserer Hörerinnen danken, die uns aus Schweden zuhört und die uns mit einer kleinen Finanzspritze den Betrieb dieses Podcasts weiter erleichtert, ermöglicht, ermöglicht ja nicht. Wir mahnen es ja sowieso auch mit oder ohne. Wir mahnen es ja jeweils einfach nur Spaß. Aber an dieser Stelle einen ganz, ganz, ganz dicken, herzlichen Dank. Da können wir dann mal wieder eine ziemlich lange produzieren. Ja, vielen Dank auch von mir. Ja, cool. Hat sie ihren... Sehr gefreut. Den Kommentar hat sie gelesen, ne? Auf der Webseite. Nee. Noch nicht? Hat ich gelesen? Oder... Dann muss ich machen. Ach, war das... Ich muss noch mal gucken. Ich gucke noch mal. Bei Folge, wo es um die günstigen Malmaterialien ging. Ja, doch. Den hast du gesehen, ne? Ja. 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 Voll schön. Ah, und von ihr kam das. Sehr schön. Ja, vielen, vielen Dank. Ja, toll. Ja. Was liegt denn gerade an, so mal technisch? Ja, also wie gesagt, ich habe jetzt so diese Gesichter gerade wieder so ein bisschen entdeckt mit dem Stempeln. Also auch das Stempel machen, das gefällt mir gerade gut. Und ansonsten mache ich gerade begeistert weiter mit bei dieser Harry-Potter-Challenge. Ah, okay. Das macht so einen Spaß, weil es so witzige Sachen sind. Und ich bin ja nicht Harry-Potter-Fest. Also ich bin... Nicht Harry-Potter-Fest oder kein Fan? Nee, Fan bin ich auch nicht. Aber ich bin auch nicht... Also ich habe die Bücher nicht gelesen. Ja, okay. Sondern nur die Filme geguckt. Ja, ich auch. Und Menschen, die die Bücher gelesen haben und große Harry-Potter-Fans sind, die sagen mir immer wieder regelmäßig, ich habe sowieso überhaupt keine Ahnung und ich soll bei Harry-Potter besser den Mund halten, weil ich kenne ja nur nicht mal die Hälfte von der ganzen Geschichte. Oh nein. Und bei dieser Challenge merke ich, dass das stimmt. Also das stimmt wirklich. Ich wusste nicht, was ein Miffler ist. Das muss ich erst mal googeln. Okay, das weiß ich auch nicht mehr. Und Butter-Bier war mir auch kein Begriff. Das ist ja ein komischer Treibung. Ja, da erinnere ich mich null dran. Ich habe halt die Filme... Ich habe die ersten Teile noch im Kino geguckt. Ich glaube, da war die Halli noch gar nicht auf der Welt. Und ich weiß nicht mehr, wann die rauskamen. Müsste ich jetzt nachgucken. Aber also die ersten zwei Filme habe ich auf jeden Fall im Kino geguckt. Und davon weiß ich auch noch so ein bisschen was. Und die restlichen Filme haben wir dann eigentlich zu Hause geguckt, wenn ich das richtig erinnere. Und da schlafe ich ja auch oft ein. Oder ich gucke nicht so genau hin, weil ich mache ja dann irgendwas nebenbei und so. Also ich bin da wirklich überhaupt nicht so richtig drin. Ich weiß ungefähr die Handlung. Und ja, aber also so die ganzen... Also auch der Zeitumwandler hat mir jetzt nichts gesagt. Und es sind noch ein paar Begriffe dabei, die ich erst finden muss. Und wie die dann aussehen. Also wenn ich die malen soll. Oder der Liebestrank. Da dachte ich so, hä, soll ich jetzt einen Liebestrank malen? Naja, ich google mal, was bei Harry Potter wieder aussieht, der Liebestrank. Und dann ist das ja ein ganz besonderes Fläschchen und so. Ja, also da muss ich gucken. Ich bin auch schon berichtigt worden von einer Freundin, weil ich aus Versehen Gryffindor mit I geschrieben habe. Uiuiui, böser Fehler. Und dann hat sie geschrieben, also bei aller Liebe, das geht nicht. Ja, okay, okay. Ja, aber es macht total Spaß. Und ich habe jetzt gesagt, ich hätte ganz gerne als nächstes eine Bibi Blocksberg Challenge. Weil da bin ich total sicher. Also ich kann... Bibi Blocksberg bin ich großer Fan, seit ich fünf bin. Die letzten Folgen habe ich nicht mehr so gehört. Aber früher habe ich die immer zum Einschlafen gehört, Bibi Blocksberg. Und kannte alle Folgen auswendig. Also die kamen ja immer nur so nach und nach raus. Und ich weiß noch, ich war damals krank und war zu Hause. Da muss ich fünf gewesen sein oder vielleicht sechs. Und dann hat meine Mutter mir aus der Stadt eine Bibi Blocksberg-Kassette mitgebracht. Meine erste Bibi Blocksberg-Kassette war Bibis neue Freundin. Und dann habe ich die gehört, ja, wochenlang, bis ich halt die nächste Folge bekommen habe. Und dann habe ich die gehört, wochenlang, bis zur nächsten. Und so bin ich dann Jahre. Und ich kannte die alle auswendig. Das ist klar. Ich habe die immer zum Einschlafen gehört. Und das ist total witzig, weil das ist, also so funktioniert klassische Konditionierung. Ich schlafe jetzt tatsächlich bei der Melodie schon ein. Also wenn ich die Melodie höre, ich darf die nicht beim Autofahren hören, sage ich immer. Wenn meine Tochter so auf längeren Urlaubsfahrten oder so gesagt hat, können wir eine Bibi einmachen? Da habe ich immer gesagt, oh, liebend gern. Aber das geht nicht, weil ich habe dann Angst, ich schlafe ein. Ich muss fahren. Ja, kann ich jetzt nicht Bibi hören. Krass, ja. Ja, das ist aber total, also gerade nutzt mir das total, wegen dem Nachtdienst, wenn ich dann mal schlafen muss. Ja, klar, das ist unterschiedlich. Ja. Und dann ist das total klasse, wenn ich das, also dass ich das habe, dass ich da tatsächlich das nutzen kann. Da knüpfen wir ja tatsächlich nochmal wieder an das Thema Rituale beinahe an, ne? Ja, genau. So beinahe. Und was ich jetzt noch, also zwei Sachen jetzt zum Thema korrigieren. Dankeschön an Nicole. Das mit dem Doodletober ist natürlich Quatsch, das ist der Inktober. Inktober, genau. Muss ich auf der Seite noch korrigieren, habe ich plötzlich geschrieben. Und zum Thema noch Rituale, Gewohnheiten entwickeln, was ich jetzt gelernt habe, in dieser Schreibchallenge, die ich gerade mitmache. Da war ein Totaltipp, wenn du dir neue Gewohnheiten zulegen, so eine neue Routine entwickeln, ja, das ist hilfreich, wenn du zum Beispiel Malen in deinen Alltag integriertest, dann verknüpft das mit einer Gewohnheit, die du schon hast. Also so wie du das jetzt machst, ne? Du trinkst morgens halt immer einen Kaffee. Und dann, wenn du Malen so einhandelst oder meinetwegen auch schreiben, in der Challenge geht es dir schreiben, mach das, während du Kaffee trinkst. Dann, ja, das festigt sich leichter, weil du es an eine schon vorhandene Gewohnheit knüpft. Das fand ich eine total spannende Erkenntnis. Ja, also das unterschreibe ich. Das ist echt so, dass das total hilfreich ist, wenn du, also du trinkst dich damit ja so ein bisschen selber aus, sag ich jetzt mal, wenn du das bewusst machst, ne? Aber es ist ja auch einfach, also meistens passt es ja auch ganz gut, ne? Ja. Wenn du irgendwie so ein Ritual etablieren willst, tust du das ja sowieso, oder also eine Gewohnheit, dann tust du das ja sowieso aus einem gewissen Grund heraus auch. Ja, und mit Sicherheit nicht, weil du dir damit was Schlechtes vielleicht, ist selbst austrickst nicht. Keine schlechte Idee. Ja, das stimmt. Das ist wahr. Ja, das passt super. Genau. Ich überlege gerade, ob ich noch was sagen wollte zum Thema Rituale. Eine Freundin hat noch zu mir gesagt, zum Thema Rituale, das weiß ich gar nicht, ob ich es noch gesagt habe. Es nimmt ja die Entscheidung ab, was als nächstes dran ist. Ja. Ja. Das stimmt, wobei, ja genau, ich musste so lachen. Vorgestern war das, da habe ich so ein Comedy-Ding, sie, abends hat mein Mann da nochmal reingeschalten und dann hatte, da Ralf Schmitz war das, der hat so eine Show gehabt, da hat er erzählt, dass er als Ministrant gearbeitet hat. Also, ja, war halt so Messdiener. Genau. Genau. Keine Arbeit. Nee. Und dann hat er gesagt, da hat alles seine Ordnung und da ist alles direkt, also immer der Reihe nach und so. Und er war da immer mit mehreren eben und er ist da immer brav hinterhergetrottet und hat halt immer sich an den anderen orientiert. Und irgendwann waren die anderen alle krank und er saß da alleine und hat so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was soll ich denn jetzt machen? Und ich fand diese Vorstellung so witzig. Also er hat es auch ganz witzig rübergebracht und ich war selber ja auch Ministrantin, ja, nach der Kommunion dann. Und ich kann mich noch ganz, ganz gut daran erinnern, es gab bei uns in dem Ort, wo ich herkam, eine kleine Kapelle und die Kirche. Und es gab immer den Gottesdienst in der Kirche am Sonntag und es gab Dienstag und Donnerstag immer in der Kapelle so einen kleinen Gottesdienst. Und dann hat der Pfarrer mich mal gefragt, ob ich da die Lesung lesen würde in diesem kleinen Gottesdienst, weil ich damals auch bei einem Lesewettbewerb gewonnen hatte. Und ja, dann hat er halt gefragt, ob ich das übernehmen würde und dann habe ich gesagt, ja, okay. Und da war es dann tatsächlich oft, dass ich da als Einzige dann ministriert habe und dann halt noch die Lesung gelesen habe. Und dann war ich da halt wirklich auf mich gestellt. Und an dieses Gefühl habe ich mich da wieder erinnert, als der das gesagt hat. Und dann habe ich so gedacht, ja, genau so war ich damals auch mal da gestanden und habe gesagt, Gott, oh Gott, oh Gott, hoffentlich vergesse ich nichts, weil du orientierst dich natürlich immer an anderen. Immer an den anderen, ja. Aber wenn du dann so dieses Ritual begriffen hast und da wirklich mit drin bist, du vergisst es nie mehr. Ja, dann kannst du den Schlaf machen, ne? Genau. Und ich bin ja jetzt wirklich eigentlich gar nicht mehr in der Kirche. Und es kommt nur noch vor, wenn ich auf eine Hochzeit eingeladen bin oder zu einer Beerdigung muss, dass ich dann doch mal in die Kirche gehe und dann, selbst dann versuche ich es zu umgehen. Und das letzte Mal, als ich in der Kirche war, da habe ich dann auch mich so ein bisschen darauf konzentriert, was die da so machen und habe auch gemerkt, dass dieses ganze Zeug, das ist alles noch in mir drin. Ich könnte es abspülen, obwohl ich seit 30 Jahren fast nicht mehr ministriere, seit 28. Ja, und seit 20 oder so nicht mehr in die Kirche gehe oder, naja, eigentlich auch seit der Zeit. Also das ist verrückt, wie man das dann verinnerlicht, ne? Und ich glaube, also weil du gerade gesagt hast, es nimmt einem Entscheidungen ab, es erleichtert einfach so vieles, weil du, du musst nicht drüber nachdenken. Nicht mehr nachdenken, ja. Ja. Na gut, weil letztlich ist das wie bei allem, was du so aus dem FF gelernt hast, ne? Also über das Autofahren nicht mehr nachdenken, setze ich rein und fährst. Ja, und da würde jetzt auch keiner auf die Idee kommen, zu sagen, das ist ein Ritual. Na, das stimmt. Ein Ritual, wie du Gas gibst. In gewisser Weise auch ist, ne? So ein, halt, ja, automatisierte Abläufe. Aber das sind, nee, das sind natürlich, ja, genau, automatisierte Abläufe. Das ist nochmal was anderes als ein Ritual. Ja, also bei einem Ritual hast du noch irgendwie immer so ein bisschen dieses getragene Gefühl dabei, finde ich. Ja. Ne? Ja, okay. Und das hast du bei der Gewohnheit nicht so. Das ist vielleicht nochmal so diese kleine Unterscheidung. Möglicherweise, deswegen habe ich eine Gewohnheit. Die dir, glaube ich, auch entgegenkommt. Ja, genau. Ja, genau. Deswegen habe ich immer das nicht. Ja, ja, das mal noch zu den Ritualen, genau. Ja, und worüber reden wir das heute? Das soll ich nur ganz kurz erzählen. Ja, da ist mir jetzt, ich habe das während der Ferien, also während des Urlaubs auch weiter gemacht und geschrieben. Da gab es halt von Anfang an, gab es ein PDF halt dazu, welche Aufgaben da kommen. Und, also ein Workbook, du kannst es ja auch jederzeit so in deinem Tempo machen und auch immer wieder machen und so. Und da habe ich in Ferien also auch geschrieben, da oben. Das war ein tägliches Ritual, tatsächlich auch ein Ritual. Jetzt nicht zu einer bestimmten Uhrzeit, aber jeden Tag. Und das ist auf die Fahrtage eben, ne? Hat das super geklappt. Und dabei ist mir wieder eine Buchidee gekommen. Das ist sehr schön. Ich bin gespannt. Das wird witzig. Schöne Erkenntnisse und ja, Dinge, die sich aufzuschreiben lohnen. Das mache ich einfach mal so für mich. Jetzt ohne Verlag, ohne alles mache ich über mich. Sehr schön. Ja, das gibt so ein bisschen Freiheit, gell? Ja, weil ich jetzt einfach mal ein bisschen rumfüge. So einen Verlag. Ja, füge da weitere Erkenntnisse an und so gucken wir mal, wo es hinführt. Heute habe ich da so ein Spiel mitgebracht, so ein kreatives Kreativschiff. Also für alle, die auch schreiben und vielleicht mal einen Buchtitel suchen. Nicht den Erstbesten nehmen dir die Kraft, sondern schreib 50 Stück auf. Ich habe heute 50 Schnitzelchen gemacht. Also 150 für den Titel und nochmal 50 für den Untertitel. Ernsthaft? Ja, ich habe nicht hingesetzt, ich habe 50 Titel aufgeschrieben. Ach so, wenn du dir einen Titel aussuchst. Okay, ich habe jetzt versucht, wenn du dir ein Buch kaufen willst, dachte ich so, hä? Nein, 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 nein. Jetzt verstehe ich. Also wenn du einen Titel für dein Buch suchst. Genau, ja. Und dann schreibst du 50 Ideen auf. 50 Titel-Ideen, genau. Und dann guckst du dir die immer wieder an. 50 Untertitel und dann guckst du dir halt durch, was dich anspricht. Du legst das nur zur Seite. Also ich habe so ein paar jetzt rausgesucht, so vier Stück, hatte ich mir rausgesucht, bevor Untertitel dazu gelegt habe. Da habe ich dann so mir angeguckt, was liegen da für Titel und was habe ich für Untertitel aufgeschrieben. und dann das Ganze so zusammengebracht. Das war lustig. Okay. Und ja, jetzt habe ich da zwei Titel, Untertitel. Mal gucken, ob die es werden oder ob es was ganz anderes wird am Ende. Wenn das Buch geschrieben ist. Sucht man dann erst den Titel oder, also wie hast du das bisher gemacht? Hast du erst den Titel gesucht und dann das Buch geschrieben mit einem, gewissen Plan oder hast du erst geschrieben und der Titel war erst mal total egal und dann hast du dir gedacht, ja, jetzt braucht das Ding auch noch einen Namen? Es ist von Autor zu Autor total verschieden. Ja, ich frage dir das so. Es macht der andere so. Also mir fällt es leichter. Ich habe einen Titel. Okay. Das ist, also sobald ich den Titel habe, kann ich anfangen. Ja, das ist, also auch bei, als ich noch, ja, Krimi geschrieben habe und Liebsromane und so. Und wenn ich da auch im Schreibprozess war, also mittendrin im Buch, wenn ich Überschattel von einem Kapitel oder den ersten Satz hatte, konnte ich loslegen. Und der erste Satz kam mir dann immer beim Spazieren gehen. Und den ersten Satz habe ich immer beim Laufen gefunden. Und dann nix wie Heim und Schreiben. Du hattest aber nie beim Schreiben, beim Laufen was dabei? Oder, ja gut. Nee, damit kann man sich das Leben natürlich auch immer noch ein bisschen leichter machen, wenn man nämlich was mitnimmt. Womit man was aufschreiben kann. Aber es ist... Du könntest es auch jetzt dann heutzutage so ins Handy dann schicken. Ja, das stimmt. Aber das, ich habe gemerkt, dass ich das gar nicht brauche, weil der Satz, den ich mir unterwegs überlegt habe, der hat es nie so, selbst wenn ich mir den aufgesprochen habe, aufs Handy, der hat es nie so schafft. Das war eine... Wenn ich dann angefangen habe zu schreiben, entwickle ich wieder was Neues. Also das sieht sich anders. Okay. Weil der dann auch ganz anders ist. Das ist eine witzige Sache mit der Kreativität. Ja. Also, ja, ich habe auch schon öfter mal gelesen oder gehört, den Tipp, wenn du eine Malidee hast oder so, du sollst am Maltisch auch immer irgendwie Notizbüchle dir irgendwo hinlegen und Ideen dann festhalten, wenn sie kommen oder auch grundsätzlich, wenn du spazieren gehst oder wenn du auf der Arbeit bist oder unter der Dusche oder keine Ahnung, irgendwann kommen Ideen und damit du die nicht vergisst, sollst du sie aufschreiben. Ich nehme mir das auch immer wieder mal vor, weil ich habe tatsächlich viele Ideen unter der Dusche oder wenn ich irgendwo bin. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mir die auch schon aufgeschrieben, aber ich gucke da nicht mehr rein. Also, wenn ich dann irgendwann, also Wochen später oder Monate später, dieses Büchlein in die Hand bekomme und dann lese ich diese Idee, dann macht die nichts mehr mit mir. Also, ich weiß nicht, ich bin da nicht so Fan von, weil ich mir denke, die Ideen, die umgesetzt werden wollen, die schaffen es dann tatsächlich auch in meiner Umsetzung und die brauche ich nicht aufschreiben. Also, die sind einfach da und die kommen auch immer wieder. Also, wenn die jetzt mal, ja, irgendwie, wenn ich mich dann zwei Stunden später nicht mehr daran erinnern kann und dann fällt mir das aber abends wieder ein oder so. und von daher, und die Ideen, die ich habe, die wieder verschwinden und sich auflösen, die waren vielleicht dann auch nicht so wichtig, denke ich mir. Das geht mir exakt genauso. Ich habe zwar, ich habe ganz viele Ideen, Notizbücher, egal ob jetzt virtuell oder echte Bücher, echte Notizbücher, wo ich mir was aufgeschrieben habe, aber, nee, also, die Idee, die jetzt werden will von mir, die kommt wieder, die verfolgt mich dann nämlich hartnäckig, deswegen habe ich da großes Vertrauen rein und sage, okay, der Satz, der dann zu Hause tatsächlich in den Text kommt, war anders, aber der wird wahrscheinlich sogar besser. Der ist meistens besser. Und auch die Idee, die dann umgesetzt wird, die ist auch meistens besser als die, die ich jetzt habe. Deswegen, ich dann über die, die da kommen, lasse die auch sprudeln. So Sachen wie erste Sätze und Titel sind allerdings ein bisschen anders. Also die, weil die geben einen Zündfunken und den nehme ich mir gerne mit. Und der, der ist auch dann tatsächlich der Treibstoff für die ersten Wörter. Wie gesagt, ob das dann am Ende drin steht, das steht auf einem ganz anderen Blatt Papier. Aber ein Titel ist genial, weil du kannst damit sozusagen dein Buch schon vom Ende her denken. Also wenn es schon Schaufenster steht oder Bestsellerliste. Okay. Also wenn du so einen Titel dann für dich hast und der schwingt mit dir, dann läuft das Projekt auch. Also ich habe das bei mir früher auch immer, wenn die Figur einen liessenden Namen hatte, der Name für eine Figur ist ja auch immer mega wichtig, dann lief das nicht. Und dann musste ich mich nochmal auf die Suche nach einem Namen machen. Oder sie verraten dir dann plötzlich unterwegs, weil du dich dauernd vertippst, zum Beispiel. Das ist halt die Magie in der Kreativität, in den kreativen Tätigkeiten. Ich weiß noch, eine Frau, die wollte, wie hatte ich die denn genannt? Weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall habe ich sie dauernd Bock genannt im Schreiben. Heißt sie eben, meine Güte. Wenn sie so heißen will. Ja, das ist dann wieder ja, dieses zulassen können von Kreativität und dann auch so dieses umswitchen können. Und eben nicht beharren auf irgendwelchen Vorstellungen. Ja, also das ist ja, geht mir ja beim Malen auch immer so, dass ich so denke, wenn ich manchmal so einen Plan habe und dann will das Bild ganz woanders hin und dann gebe ich dem nach und dann wird es total gut. Also dann gefällt es mir am Ende total gut und das ist, stelle ich mir dann ähnlich vor beim Schreiben. Ja, das ist ähnlich. Das ist sehr ähnlich. Ja, es ist halt der kreative Prozess. Das ist völlig egal, ob du Musik komponierst oder ein Bild malst oder einen Roman schreibst. Das gibt sich gar nichts. Das ist im Prinzip genau das Gleiche. Gibt es auch so ein Sprich, wenn du Pläne machst, halten sich die Götter den Bauch vor Lachen oder sowas. Irgendwo gibt es das und ich kriege den nicht mehr zusammen. Du hast es mal gelesen jetzt kürzlich. Ja, also ich kenne das Sprichwort Leben ist, was passiert, während du Pläne machst und das Sprichwort und das mit dem und die Götter lachen sich schief, das kenne ich aus dem Lied, das ich sehr liebe, von der Sarah Lesch, Testament. Da singt sie über die Zustände, die es so gibt im Leben, mit denen sie nicht so einverstanden ist und da singt sie und die Götter lachen sich schief, während ihr noch fleißig Pläne macht. Ja, meinst du das? Das kommt ja so in die Richtung. Erstens kommt es anders und zweitens als man denkt. Ja, und es ist tatsächlich eine wahnsinnig gute Gabe, wenn man so kreativ ist und damit zurechtkommt. Also das ist, ja, will ich das Thema jetzt anfangen? Das ist mal, was einen dort beschäftigt. Ich sage es jetzt einfach. Also ich sehe, ich denke mir, dass bei diesen ganzen Corona, wie sagt man da, Demonstranten, da denke ich mir das, oder auch wenn, wenn ich sehe, wie die Künstler eben oft so, ja, sie können jetzt dies und das nicht und manche haben ganz gute Ideen, wie sie jetzt doch können und was sie machen können. Und dann kommt die nächste Idee und dann entwickelt sich was Neues und das ist toll. Und das ist einfach, also das, was ich so beobachte, die Leute, die das nicht haben, die diese Fähigkeit nicht haben, sich an neue Gegebenheiten schnell anzupassen und das Beste daraus zu machen, die haben gerade im Moment echt heftige Probleme. Die haben schwer zu kämpfen, ja, das stimmt. Aber das, das nicht nur jetzt im Moment, sondern immer, wenn eine Veränderung ansteht. Das ist immer so, aber jetzt gerade kann man das so gut beobachten. beobachtet man das tief, dass da, ja, dieses Reagieren auf die Umstände, weil das nützt ja doch, also, das, für mich das oberste Prinzip, um glücklich zu sein, Realität. Guck dir die Realität an. Die Realität kannst du nicht verändern. So mal angenommen, ich habe mir das, ich habe irgendwas ganz Tolles vorgenommen, ich wollte eine Reise machen meinetwegen und breche mir Feuer das Bein. Ja, dann kann ich jetzt die nächsten Monate damit zubringen, zu hadern, dass ich mir das Bein gebrochen habe und eben nicht reisen kann. So drei Wochen lang unglücklich und mache mir wahrscheinlich vielleicht noch ein Magengeschwür, weil ich mich ärgere. Aber der Punkt ist, die Realität umfasst nun, also meine augenblickliche Realität und ein gebrochenes Bein, mit dem ich nichts anfangen kann gerade, das mich behindert. dann zu sehen, dass ich mit dieser Situation zurechtkomme, dass ich mit dieser Situation umgehe. Ich kann ja mein gebrochenes Bein jetzt nicht verändern. Ich kann alles dafür tun, dass es gut heilt, sicher. Und auch da helfen mir meine, hilft mir meine Haltung dazu, meine Gedanken dazu und wie ich damit umgehe. ich kann es ums Verplatz ändern. Und da kann ich noch so viel, dass andere wollen. Es geht halt. Richtig. Und genauso ist es jetzt im Moment, Veranstaltungen finden nicht statt. Ich kann mich da auf den Kopf stellen und mit dem Hintern fliegen fangen. Es passiert nichts anderes. Dann heißt es einfach akzeptieren und es daraus machen. Und ich glaube, da ist man, sind wir, wenn wir uns auf die kreativen Funken einlassen und auf das verrückte Spiel des Lebens mit unseren guten Fähigkeiten drauf einlassen, mit unserer Freude und unserem Wunsch, was Gutes zu machen, dann wird es auch gut. Dann muss ich mich nicht ärgern, dann muss ich nicht unglücklich sein, dann nicht schon auf die da oben, weil ich da auf sonst wen. Das muss ich nicht machen. dann finde ich richtig tolle Lösungen, die auch langfristig halten, wer weiß. Ja, genau. Und drum muss ich sagen, bin ich bei manchen, ja, wenn ich dann so Jammerposts lese bei Facebook oder, ja, da denke ich mir dann immer, hey, hör auf zu jammern. Jammern hat noch nie geholfen. Das ist mein Spruch seit immer. Jammern hat noch nie geholfen. Und man muss einfach gucken, was geht. Und ich habe jetzt letztens zum Beispiel von einer Freundin erzählt bekommen, die ist auf ein Konzert, die hatte mich auch gefragt, ob ich mit will, aber ich hatte da Nachtdienst und konnte nicht. Und war sowieso so ein bisschen, oh, ich weiß nicht, ob ich auf ein Konzert gerade will. Und dann habe ich eben nachgefragt, sie hat dann erzählt, oh, das war total schön. Und dann sage ich, ja, darf ich mal fragen, wie war das denn? Und dann hat die so tolle Sachen erzählt. Also die hatten, das war normalerweise ein Konzept, wo ja wahrscheinlich 200 Leute vielleicht gekommen wären. Also es war jetzt kein Riesenkonzert, aber halt schon auch eine größere Nummer. Und die hatten dann eben die Eintrittskarten reduziert und dann hatten die, also in der Menge reduziert und dann hatten die Bierbänke aufgestellt, also Biertische, Biertischgarnituren und haben gesagt, an jedem Tisch dürfen irgendwie nur vier Leute oder halt aus einem Haushalt irgendwie, keine Ahnung. Und dann hatten die, also es ist jemand rumgelaufen und hat Essen rumverkauft. Und also damit, um zu verhindern, dass die ganzen Leute ständig irgendwie rumlaufen und sich begegnen oder so. Also man sollte möglichst eben an seinem Tisch irgendwie bleiben. und das war also großflächig wohl und es war ein ganz tolles Konzert. Und eine andere Freundin war letztens auch bei einem Gartenstuhlkonzert. Da konntest du deinen Campingstuhl oder deinen Gartenstuhl mitbringen und was dann immer, oder die hatten Gartenstühle dastehen, ich weiß nicht genau, auf jeden Fall saßen die dann immer zu zweit mit so einem kleinen Bistro-Tischchen und einem Gartenstuhl da. Und dadurch haben die Veranstalter eben dafür gesorgt, dass die Abstände eingehalten werden und dass es stattfinden kann. Und ich finde, wenn man Künstler ist und auf die Bühne will und ja, dann ist es im Moment so, dass es keine Großveranstaltungen sind und dann hast du vielleicht auch einfach weniger Einnahmen, das mag sein, aber du hast Einnahmen. Also es ist vieles möglich und das finde ich ist ein Punkt, der ganz wichtig ist, gerade zu gucken. Okay, es ist nicht mal so wie vorher, aber was ist denn möglich und dann das zu machen. Und da finde ich, hätte man jetzt den Sommer doch nochmal anders nutzen können, glaube ich. Also wenn man da flexibler gewesen wäre und nicht so drauf gehofft hätte, dass es ab September wieder anders ist oder so, weil es war eigentlich klar, dass es nicht so sein wird. Ja, wenn du die Realitäten akzeptierst. Ja, also bei manchen ist es gelungen und manchen ist es halt einfach nicht gelungen. Ja, ist dann so eine Wunschvorstellung da, die dann aber eben einfach nicht eintritt und dann wird es schwierig. Ja. Und dann fängt das Leiden an, das nicht sein müsste. Ja, und diese Hilflosigkeit, also dieses Gefühl der Hilflosigkeit ist dann halt auch da. Angst, klar. Ja, und dann fängt man an, irgendwie Dinge zu verteufeln und irgendjemanden zu suchen, der Schuld hat. Ja, genau, an dem Virus. Das ist vielleicht auch, ja, naja, egal. also, ja, das Thema wird uns auch noch eine Geweile beschäftigen, nehme ich an, aber wie gesagt, also auch da hilft die Kreativität und drum finde ich, ja, und drum finde ich das so traurig, dass es in der Schule nicht gefördert wird, also nicht in dem Maße, wie es gefördert werden könnte. Gefördert gehört, ja. die Kreativität ist einfach so wichtig für alle Bereiche und für jeden Beruf und für jedes, also eigentlich fürs ganze Leben eben, für glückliches Leben. Ja, für die Persönlichkeit, ne? ist Kreativität wichtig. Ja. Und natürlich gibt es Menschen, die nicht so kreativ sind wie andere, die vielleicht analytischer denken oder, ja, das macht nichts, auch die können, auch die können kreative Techniken lernen. Ja, glaube ich auch. Und das von wegen, ich habe keinen oder so, das stimmt nicht. Die kommen ja mit dem Tun. Wenn ich mich darauf einlasse und ich schon von vornherein sage, oh, ich kann das nicht, da kommen diese Ideen. Oder es geht nur so und es gibt keine Alternative. Es gibt immer eine andere Möglichkeit. Das habe ich heute wieder gemerkt bei diesen 50 Titeln. Ich habe doch schon einen Titel, was soll ich mir jetzt noch Gedanken machen um einen anderen. und dann habe ich mich auf die Übung eingelassen und immer so platt, was da alles noch so kommt. Ich habe so den, habe natürlich im Hinterkopf, worum es geht und auf einmal plötzlich ganz andere Dinge da und auch welche, die gar nicht auf den allerersten Blick so offensichtlich erschienen, die mir jetzt aber total gut gefallen. Also es lohnt sich immer noch mal hinzugucken und noch mal zu überlegen und noch mal drauf zu schauen und ein bisschen Gehirnschmalz zu kieren. Ja. Ja, und manche Sachen, die entwickelt man ja auch wirklich auch erst im zweiten Schritt oder so. oder also die, ja, das entwickelt sich auch noch erst mal. Genau. Na, jetzt habe ich noch ein Gesicht fertig. Schön. Vielleicht das nächste. Super. Ganz stolz. Ja. Doch, das macht echt Spaß. Zwei Gesichter kriege ich jetzt aus dieser Platte auf jeden Fall noch raus. Das, ne? Ja. Die kleinen Platten. Ja, die sind super. Ja. Ja, was wollte ich denn gerade noch sagen? Du hattest gerade noch so ein Stichwort gesagt, wo mir was dazu einfiel. Ah ja, das drauf einlassen. Das ist halt auch wichtig. Und manchmal braucht es einen Anlass oder manchmal braucht es, also mir geht es zum Beispiel auch manchmal so, dass ich ähm, also ich gehe ja wirklich auch immer an den Maltisch oder also mache das regelmäßig, aber manchmal hast du ja auch so diesen Anlass, ah, jetzt brauche ich eine Geburtstagskarte oder jetzt brauche ich jemanden heiratet und jetzt will ich da irgendwie eine kleine Aufmerksamkeit oder ja, also irgendein Geschenk oder so oder vielleicht auch mal ein richtiges Bild verschenken oder wie oder was, ne? Und das sind ja auch oft so Anlässe, die dich dann kreativ werden lassen. Also wo du sagst, naja, okay, was mag die denn gern? Ne? Dann beschäftigst du dich da so einen Moment mit, was demjenigen gefallen könnte und dann fällt dir was ein und dann hast du die Idee und dann machst du los. und das ist halt auch, also natürlich kann man auch durchs Leben gehen und diese Anlässe nicht suchen und stattdessen halt lieber irgendwie was kaufen oder irgendwie sagen, naja, das wird dann vielleicht eh nichts oder das gefällt dann nicht oder aber wenn man sich so drauf einlässt, also so diesen diesen Mut und diese diese Zuversicht, das wird schon und dann wird es auch am Abend vorher mal noch schnell, wenn man vergessen hat, ein Geschenk zu sagen oder so. Aber am Ende wird es immer. Ja, und je öfter man das macht, umso größer wird das Vertrauen in deine eigene, ja, das ist, war auch wieder eine, war auch ein Impuls aus dem Schreibworkshop, der kreative Muskel, der will einfach auch trainiert sein, ne? Klar, am Anfang, wenn du das allererste Mal, wenn du das allererste Mal wieder Pinsel und Farbe in der Hand hast, dann, ach, dann bist du unsicher und guckst, oh, und weiß selber nicht und fühl mich noch nicht wohl damit und so, dann willst du es vielleicht auch noch nicht zeigen und ja, das ist ganz normal, das ist, das gehört einfach dazu, sich auszuprobieren und das wird aber im Laufe der Zeit wird dieser kreative Muskel immer stärker und das ist wirklich wie beim physischen Training, wenn du, wenn du wegen Laufen anfängst oder irgendeine Sportart oder sonst noch was, dann fällt es dann total leer und du hast Mühe und du bist nicht im Tritt und du hast, nach dem ersten Mal tu dir alle, also im übertragenen Sinne, bei meinen tu dir natürlich hoffentlich nichts wie hinterher, wenn du pinselst, aber du bist erst mal, ja, das kostete jetzt Überwindung und ich musste mich da quälen ein bisschen, aber ja, fühlt sich trotzdem irgendwie gut an und will ich weitermachen, so. Und beim nächsten Mal, beim nächsten Mal wird es dann schon viel leichter und so funktioniert es mit allem Kreativen, auch mit dem Schreiben, ist ganz egal, oder mit dem Stricken, dann lässt du Maschen fallen oder kommst mit dem Muster nicht gleich zurecht, solche Sachen, aber das kommt wirklich dann mit der Übung und je mehr du bist, umso sicherer wirst du, umso leichter fällt es dir, umso mehr Spaß macht es und umso mehr eigene Ideen kommen da mit rein und umso eher bist du dann auch gewillt zu sagen, hier, komm, Hochzeit, nee, da kaufen wir nichts hier, da machen wir was, da mache ich jetzt selber was, das sind die schönsten Geschenke überhaupt, und diese Zuversicht und dieses Vertrauch in deinen Fähigkeiten und Stärken und alles, die entwickelst du im Tun, aber wenn du immer wieder sagst, nee, und äh, und ob das gefällt, und äh, dann trainiert sich nichts, deswegen, das stimmt, dieses Zutrauen in sich selbst dann zu haben, auch in die eigenen Kreativkeiten, kommt mit dem Tun und wird immer stärker und immer größer und, ja, und irgendwann merken, sehen das dann auch die Betrachter deinem Bild an. Hier ist jemand an ein Bild rangegangen, egal ob mir das jetzt persönlich von den Farben oder sonst irgendwas gefällt, der hat was zu sagen und jeder hat was zu sagen und je mehr, äh, du mit deiner ganzen Überzeugung in so ein Bild reingehst und merke Druck, das ist ganz natürlich. Was? Nochmal? Das hat gehackt? Je mehr eine eigene Überzeugung da ist, umso stärker ist der Ausdruck dann in dem Ja. Ja, es hakt irgendwie, also ich muss hier irgendwas machen. Ja. Ja, und, ähm, natürlich macht es dann auch wieder was mit dir, wenn du merkst, das Geschenk, ähm, kommt gut an, ne, und du hast dir Gedanken gemacht, du hast das, also es gibt einfach auch nichts Persönlicheres, als wenn du dich hinsetzt und jemandem etwas häkelst, strickst, malst oder, ähm, eine Decke bestickst. Genau, zum Beispiel. Ähm, und, ja, manchmal wird man dann vielleicht auch enttäuscht, dass es demjenigen nicht so gefällt. Damit muss man leben, ja. Damit muss man dann leben, aber damit muss auch derjenige leben. Der es geschenkt kriegt hat. Ja, dass es ihm dann vielleicht nicht so gefällt. Ja, aber, ähm, das kann ja aber auch mit was Gekauftem passieren. Also, das ist egal. Und deswegen würde ich da auch überhaupt nicht so viel Wert, ähm, drauf legen, weil, wie gesagt, ne, das passiert dir, wenn du irgendwie was kaufst auch. Genauso, ja. Aber es macht was mit einem, wenn man, ähm, ja, sich Mühe gegeben hat und sich was ausgedacht hat und dann, ähm, das verschenkt und dann derjenige sich drüber freut und also zuletzt war das jetzt bei meiner Mutter, die hatte Geburtstag und dann hatte ich ihr ein Bild, ähm, geschenkt und dann hat sie gesagt, also das war ja toll, also das war ja schön. Ich habe das gleich aufgehängt, das hängt jetzt im Flur. Das ist nie das. Das hätte jetzt auch nicht sein müssen, aber, ähm, also es macht natürlich was mit einem, ne? Ja, klar. Es freut einen. Ja, sehr schön. Wenn sie sich so freut und, ja. Ja, auf jeden Fall. Ja, und, ähm, da hat sich auch echt was geändert und ich glaube, das, ähm, hat auch damit zu tun, dass ich natürlich auch viel selbstbewusster mit meinen Bildern umgehe, als noch vor einem Jahr, wo ich, ähm, ganz klar. geradert habe. Und, ähm, da ist es jetzt auch einfach, ähm, ja, die ist da ganz stolz und, ja, finde das ganz toll, was sie eine Künstlerin als Tochter hat. Eine Künstlerin als Tochter hat. Genau. Da muss ich aber lachen. Die dann auch noch aller Welt übers Quasi-Radio davon erzählt, dass sie malt und wie sie malt. Das weiß sie nicht. Das weiß sie gar nicht? Okay. Ich glaube nicht, dass sie das weiß. Also, ich glaube, mit Podcast kann sie nichts anfangen und ich glaube, also, das habe ich ihr, ich habe es ihr nicht erzählt. Ah, okay. Kann sein, dass meine Schwester ihr das gesagt hat oder meine Nichte, wenn die das mitgekriegt haben. War jetzt noch nicht so Thema. Aber meine Mutter, die wird jetzt 83, oder ist 83 geworden. Können damit nicht so viel anfangen, ne? Ja, ja, Podcast sagt er jetzt nichts. Nehmen wir uns ab. Da würdest du sagen, was? Bis man unser MyFreunde TV auf Netflix oder so sehen kann. Ja, genau. Dann spätestens können sie was mit anfangen. Ja, mal sehen, ob sie das noch so Netflix, kann sie auch nichts mit anfangen. Ja, okay. Das würde sie auch nicht mehr hinkriegen. Verstehe. Ne, die gucken ARD, ZDF. Das wird nichts. Aber muss ja auch nichts. Das macht nichts, macht gar nichts eben. Nein, das macht gar nichts. Das ist mir ganz recht. Ja. Ja, aber das ist einfach schön, wenn dann so Geschenke eben auch ankommen. Und du kannst ja auch so ohne Anlass jemandem einfach mal eine Freude machen. Ja. Ich weiß, ich habe, also ich freue mich da auch jetzt regelmäßig noch drüber. Ich habe in der einen Gruppe, in der ich Nachtdienst gemacht habe, da hatte ich auch eine Nacht und es waren ganz wenige Bewohner da und ich hatte viel Zeit. Und dann habe ich so kleine Kärtchen dabei gehabt und habe so ein bisschen was gemalt. Und dann hatte ich auch auf ein Kärtchen, da hatte ich irgendwie ein Muffin oder was drauf gemalt. Ja, genau. Ich musste eine Strafe zahlen bei der Dudel-Gruppe, also bei den Challenges. Echt jetzt? Ja, wenn man nämlich zu früh postet oder das Falsche am falschen Tag postet, dann muss man dem Kater, der in der Gruppe so ein bisschen, ja, also der gehört zu der einen und der Kater ist immer für Witze gut und sie verbindet ihre Dudeleien meistens mit dem Kater und der Kater, der will dann Muffins als Strafe. Also da muss man halt ein Muffin malen. Das ist ja jetzt nicht schlimm. Oder eine Torte, also der ist auch gar nicht so wählerisch, habe ich jetzt mitgekriegt. Man kann auch einen Donut oder eine Torte, aber er ist halt gern süß. Und da musste ich dann auch eine Muffin malen und dann habe ich dann gemalt und habe den gepostet und danach habe ich dann das Kärtchen eben so in der Hand gehabt und habe so gedacht, was mache ich denn jetzt damit? Und dann habe ich auf die Rückseite irgendwie geschrieben, ich wünsche euch einen schönen Dienst oder so. Oder einen schönen Tag. Irgendwie so. Und das haben die, da gibt es so eine Durchreiche, die ist aus Glas, also da ist so ein Glas drin, also kein richtiges Glas, wahrscheinlich so Plexiglas oder was. Da haben sie das hingehängt und jetzt sehe ich das immer mal, wenn ich da bin, dann sehe ich immer da mein Kärtchen hängen und ich finde das schön, das ist so eine schöne Wertschätzung. Ja, das ist toll. Ja, ich mag das und ich glaube, da freuen sich auch dann neue Mitarbeiter immer mal drüber. Was hängt denn da, du kannst mal gucken und ich finde es einfach schön, dass sie das dann aufgehängt haben. Ja, das ist mir jetzt auch aufgefallen in dem So, wo ich kaufe und ich verteile immer noch manchmal diese Glückskärtchen mit dem Einlächeln für dich. Die haben den, die haben das Kärtchen, also es hängt bald jetzt an jeder Kasse eins. So schön. Es ist einfach an die Kasse gehängt. Total schön. Da freue ich mich auch je wieder, wenn ich einkaufe, die Kärtchen da hängen. Ja. Das ist doch echt toll. Ja. Was malst du da eigentlich gerade? Ich bin hier am Kritzeln mit Blumen und schwarzem Hinterquarell. Ja. Zeig mal, wie weit du bist. Auf der Hälfte, über der Hälfte jetzt. Also ich habe ja den Anfang gesehen. Oh ja, toll. Über der Hälfte jetzt. Oh, wie schön. Ja, da kommt ja dann noch weiß dran, ne? Und das ist ja jetzt erstmal nur so die erste. Ja, ja, ich weiß. Aber guck mal hier oben in der Ecke, ich mag das mit diesen Kreisen da so kehren, ne? Mhm. Ja. Kreise sind immer gut. Kreise sind toll. Also ich habe auch diese Woche wieder Kreise gemalt. Und das war so witzig, weil ich hatte Kreise gemalt. Ich musste zum Nachtdienst und ich hatte irgendwie so das Gefühl, ach, noch mal kurz. Ich hatte noch so eine halbe Stunde Zeit, wo ich, das ist dann immer so ein bisschen schwierig, weil wenn ich mich dann unten auf die Couch setze, dann will ich nicht mehr aufstehen. Oh, natürlich. Und wenn ich aber irgendwie, also es ist auch zu kurz, um noch irgendwas Großartiges anzufangen halt, ne? Und dann habe ich so überlegt, was mache ich denn jetzt? Und dann bin ich am Maltisch und habe einfach mit meinen Lieblingsfarben einfach so ein paar Kreise gemalt auf meinem, in meinem Sketchbook. Ja. Und später war ich dann, ich glaube, da war ich dann schon auf Arbeit oder ich weiß gar nicht was, am nächsten Tag, auf jeden Fall habe ich bei Facebook auf einmal so einen Kreis gesehen und dachte so, hä, das habe ich doch noch gar nicht fotografiert und das habe ich doch noch gar nicht gepostet. Wie kommt es denn da hin? Und dann hatte eine von den Malfreunden einen Kreis gemalt, wunderhübsch, also ich liebe ja Kreise sowieso und da war genau in denselben Farben gemalt und ich dachte so, ach komm. Und dann habe ich ihr das auch geschrieben und habe ihr dann, das habe auch dann gesagt, ich muss meins erst mal noch fotografieren, ich habe es jetzt gerade nicht da, aber dann zeige ich es ihr, weil das war wirklich so witzig und sie hat dann auch geantwortet, das sind ja dieselben Farben. Und ich so, ja. Ach, das ist echt klar. Ja. Na gut. Das war echt witzig. Dachte ich, hör, wieso hatten die da mein Bild? Aber es ist, also ihres ist schon noch mal anders als jetzt meine Kreise. Sogar Kreise sind einzigartig. Ja, total. Und sie hat dann noch gesagt, ach, sie hatte das nämlich nur in ihrer Story gepostet wohl und deswegen habe ich das auch nur so ganz klein gesehen bei den ganzen Storys in dem Vorschaufenster und also bei Facebook. und dann habe ich gesagt, sie hat dann gesagt, ach, ich wollte es erst gar nicht posten, weil ich dachte, es wäre zu banal. Kreise sind nie banal. Ja, das stimmt. Aber das war dann auch wieder so witzig, weil ja, das, was dich gar nicht so berührt oder wo du gar nicht so, jetzt so eine Wertigkeit drin siehst, ist dann für jemand anderen, ja, genau das Richtige. oder ja, dann siehst du da einfach so eine Verbindung. Genau. Fand ich total schön. Was weißt du, es ist nicht deine Aufgabe, deine Kunst zu bewerten. Ja. Nur malen. Malen und zeigen. Alles andere ist nicht mehr dein Job. Ja, Blumen malen und Kreise malen, das ist echt immer sehr lohnenswert. Ja, absolut. Es ist einfach auch so was Meditatives, gell? Und habe ich nochmal wieder ein paar, ein bisschen Collage geklebt in meine Heftchen. Ach ja, diese Schreibchallenge führe ich aus in lauter kleinen Junkjournals, die ich breit mit Collage beklebe. Und da habe ich gestern auch ein blumenlöses Collagenpapier von mir verwendet. Lauter auf Packpapier mit Gesso drauf und dann mit schwarzem Feinliner und Buntstift ausgemalt Blumen drauf. Wollte ich gestern am liebsten mein komplettes Collagenpapier, also was ich sonst hier noch so an Schnipseln aus Zeitschriften und so weiter rumliegen habe, wollte ich am liebsten komplett schmeißen und nur noch so was nehmen und machen. Aber das wird dann natürlich auch, die Kombination macht es ja. Das wird ja dann langweilig auf die Dauer, dass da ist. Ja. Ach siehste, da fällt mir gerade ein, wo du Collagepapier sagst, da fällt mir gerade ein, ich muss ja noch was verschicken. Ich hatte einer Malfreundin auch versprochen, dass ich ihr was von dem Rezeptbuch schicke. Ah, wo du mir auch schon was von gegeben hast. gesagt, ja, ach, die verteile ich immer brav, die, ja, eine gemeinsame Freundin, mit der ich letztens essen war, da habe ich auch was mitgebracht und die war auch total, ja, das ist nicht da. Doch. Also damit kann man sich Freunde machen unter Absolut, ja, unter Malfreunden. Ja, genau, da kann man dann wirklich punkten. Mein Besuch bei Kül und Tante steht auch noch aus wegen der Geschäftsbilder beim Opa, der da noch irgendwo sein müssen, die da irgendwo aus, hat ja mein Onko schon gesagt, und der könnte haben, und mein Opa hat auch Altdeutsche geschrieben, der ist gestorben, da war ich 13, so um und der ist leider sehr jung, also relativ jung gestorben für heute, für heutige Begriffe mit 70 und der, ich kann mich über Handschrift erinnern irgendwie, ich war oft bei denen in Ferien und die hatten halt einen Hühnerhof oder Hanno und der Opa hat dann halt in seinem Büro dann die ganze Buchfahre alles gehabt, die Geschäftsbücher und da durfte ich immer mal suchen in seinem Büro und ich kann mich an seine gestochen scharfe Schrift erinnern, also er hat wirklich eine ganz tolle Handschrift gehabt, da freue ich mich sehr drauf, dass ich davon was haben darf. Ja, das ist echt, klingt sehr verlockend und dem dann neues Leben einhauen. Nicht nur wegen dem, ja und ich finde auch gerade nicht nur wegen dem, wegen den Ergebnissen und wegen dem Materiellen, sondern auch so diese Erinnerung, was du da so mit verknüpft, also es klang gerade als würdest du dich da sehr gerne daran erinnern an diese Zeit und an den Opa. Ja gut, ich habe ihn jetzt nicht so irre gut gekannt, also kleines, wir haben das ganz woanders gewohnt, er kam die Woche einmal, wir waren auf den Geburtstagen da und er kam, genau, alle 14 Tage kam er zu uns, hat er Eier gebracht und hat uns dann immer die ganze Küche voll geschmökert mit seinen olhen Zigarren, furchtbar gestunken. Aber das war total, also ich habe ihn als einen sehr lieben Opa, meine beiden waren sehr liebe Opas, gelebt, die Oma ja nicht, ich meine, die Oma ist schon gestorben, also die habe ich nicht kennengelernt, da war meine Mutter 14 und war dann bei denen auch in Ferien am Eierlese für mich. Ja, mich hat das jetzt gerade eine Erzählung, hat mich jetzt gerade an einen älteren Herrn erinnert, das war unser Nachbar und die hatten auch ein, also ein Enkelkind war da da und mit der hatte ich mich so ein bisschen angefreundet, aber ich überlege gerade, die sind dann weggezogen, die sind, die war jetzt nicht mit mir im Kindergarten auch oder in der Schule, vielleicht war die Waldorf oder Montessori oder irgendwie sowas, auf jeden Fall habe ich mich mit der oft verabredet und also die hat praktisch in dem Haus hinter so einer Hecke an unserem Hof gewohnt, also ich musste ganz schön außenrum, um zu ihr zu gelangen, aber eigentlich waren wir so nur durch so eine Hecke getrennt und ich habe damals immer gesagt, können wir da nicht ein Loch reinschneiden, damit wir da leichter hin und her können, aber das wollten, also ja, das wäre jetzt nicht gegangen, aber gut und das war auch ein sehr, sehr netter Mann und der hatte, da habe ich letztens auch was dran gedacht, der hatte nämlich an dem Haus, also die hatten ein Wohnhaus, da war unten eine Wohnung und oben eine Wohnung und dann war hintendran ein riesen langes Nebengebäude und da hatte der eine total klasse Werkstatt und wir durften dann manchmal mit in die Werkstatt und der hat uns dann, also der hat mit Holz gearbeitet, habe ich jetzt so in Erinnerung und der hat uns dann das Bohren beigebracht und also wir hatten dann solche Klötze und durften da dann immer Löcher reinbohren und ja, das war, hat Spaß gemacht und das war, da war ich noch im Kindergarten, also da war ich noch sehr klein. Interessant, was das heißt. Also Werkstätten und Büros und so, das war als Kind immer toll irgendwie, ne? Ja. Ja, das Büro habe ich ziemlich deutlich vor Augen, also ich weiß gar nicht, was in dem Raum jetzt, das war so das Zimmer neben der guten Stube und in die gute Stube ist man ja sowieso nie gegangen, außer zu Weihnachten, ab und zu mal zu Weihnachten. Gute Stuben waren ja auch nie gemütlich. Nicht so wirklich. Also gute Stuben, das war ja furchtbar. Obwohl die gute Stube hatte ein sehr bequemes Sofa, das weiß ich nicht. Ja, und dann saß man da dreimal im Jahr drauf. Genau. Komm weiter. Genau. Da sind Esstische da drin gestanden, Feiertafeln und so. Aber ansonsten auch die normalen Geburtstagen, die wurden alle in der Küche gefeiert. Ja, genau. Da stand die Kaffeetafel auf dem Geburtstag war, wo wir hin sind zum Kaffee trinken. Das war mal in der Küche. Gute Stube nie für aufgemacht. Komisch, oder? Ja. Interessante Zeit, sagen wir es mal so. Ja, ich weiß auch noch. Das Büro, also das kann ich nur noch, habe ich echt noch gut vor Augen. Also er hat auch so ein schönes Schreibset da gehabt mit so einem Tintenfässchen und so so Tinten ab, weißt du, so ein Löschding, so eine Löschwippe nennt sich das, Löschwippe. Genau. Das sagt gar nichts. Das ist so ein Heilholzteil oben mit einem Griff, Knauf dran und unten war das mit Löschpapier bespannt und da konntest du da so auf dem, so über das Blatt und dann hat das, da konntest du nichts verschmieren. Also wenn das Tinte aufgesammelt hat, dann hast du das schmiert. Also das habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen. So was. Ich bin ganz sicher. Und dann hat er so Schränke drin gehabt mit so Rollläden davor. Die haben von oben nach unten so einen Holzrollladen gehabt. Da hast du das unten aufgeschlossen am Boden und dann hast du das so hoch geschoben und das ist dann so hinten rein, die Tür ist dann so hinten reingedinkst. Ja. Das war immer so ein Rattergeräusch, das habe ich auch noch im Ohr. was ich als Kind immer geliebt habe und ich überlege gerade, wo habe ich, ja bei unseren Nachbarn genau, die hatten einen Sekretär und ich fand, also schon immer Sekretäre fand ich total klasse. Also diese, diese, nicht die Personen, sondern ich weiß schon, was du meinst. Das Möbelstück. Das Möbelstück, fand es immer so schön, weil der war, also der Mann, unser Nachbar, der war Professor irgendwas, also der hat an der Uni gearbeitet und ich weiß noch, der hatte immer so ganz große Lexika und so, die er Korrektur gelesen hat. Also er musste das immer lesen. Also ich habe den immer lesend gesehen und ich habe immer auf den ihr Kind aufgepasst und deswegen war ich da ab und zu und für mich war das echt immer so ein Highlight, wenn ich an diesem Sekretär vorbei bin und da hat schon so gut gerochen nach Papier und vielleicht eine Politur oder so. Ja genau, also das Holz hat einfach gut gerochen und ich fand das immer so toll und ich habe lange Jahre danach auch immer mal nach so einem Sekretär geguckt, weil ich immer einen Sekretär haben wollte, aber die, die es dann so auf dem Flohmarkt gab, die waren dann oft schon so ein bisschen verwurmt und so und habe immer so nee, das will ich dann nicht, aber einen Sekretär habe ich mir lange gewünscht, habe immer noch keinen. Sehr lustig. Ja, ich fand diese kleinen Schublädchen so toll, dass du das einfach hochklappen kannst und dann ist alles auf Ordnung. und wenn es noch dahinter aussieht. Ja, und für mich war das echt immer so ein Happening, wenn der da was draus gebraucht hat und es dann aufgeschraubt hat oder wenn er da dran saß und irgendwas da gemacht hat. Dann war ich immer so da, ich fand die immer sehr interessant. Ja, und heute haben wir dafür ganze Zimmer. Ja, ja, genau, also eigentlich brauche ich keinen Sekretär. Du brauchst keinen Sekretär, nee, du hast ein Zimmer, das sind auch lauter kleine Fächer, wo nette Sachen drin sind. Ja, so gesehen. Ja, genau, also eigentlich habe ich das jetzt im großen Stil. Das stimmt, also ich glaube, so ein Sekretär wäre heutzutage für mich auch echt eher unpraktisch. Ich würde trotzdem nicht Nein sagen, wenn einer einen hat für mich und mir den gern geben will, darf er das tun, aber ich glaube, er wäre ziemlich schnell sehr voll und ich würde eh nichts mehr finden, also es wäre Quatsch. möglicherweise. Ja, also wundere dich nicht, wenn du jetzt Folge Zicherte bekommst für Tiere, also Möbel. Wer weiß, vielleicht stellt sich dir auch ansonsten ein Sekretär vor. Ja, meine Sekretärin, ja, das ist jetzt fies, aber meine Kollegin, die jetzt gegangen ist, also die ist ja noch da, aber die feiert Überstunden ab und ist bis Dezember jetzt nur noch angestellt bei uns, aber praktisch ja nicht mehr wirklich da, nicht mehr eingeplant und die hat mit mir das Team ja geleitet und im Moment leite ich es alleine und das war schon immer so, dass sie eigentlich so ein bisschen meine Sekretärin war, weil die hat sich immer um diesen ganzen Computer Kram gekümmert und hat weil sie da einfach viel mehr drin war ich bin danach dann erst dazugestoßen und da hatte sie schon so ihre Ordnung und sie hatte einen Ordner wo sie bestimmte Sachen nach einem System abgeheftet hat und so und das ist ja nicht mein System und deswegen war das dann für mich immer so naja dann mach du mal und sie hatte auch einen guten Terminkalender und da wir dann ja meistens weil wir ja gemeinsam dieses Team geleitet haben und dann auch gemeinsam zu irgendwelchen Sitzungen mussten oder ja es war dann ganz witzig dann hat sie immer gesagt du weißt schon was übermorgen das und das ist ach ja gut dass du es nochmal sagst ich habe mich da sehr auf sie verlassen ja ja und dann hat sie letztens hat sie dann so gesagt da haben wir eine letzte Nacht gehabt und dann hat sie gesagt was machst du denn jetzt eigentlich wenn ich dann nicht mehr da bin hast du jetzt irgendwie einen kalender wo du alles reinschreibst ich habe schon die ganze Zeit einen kalender in den ich alles reinschreibe aber ich musste ja nie reingucken weil du hast mich ja immer rechtzeitig daran erinnert ich werde halt öfter mal wieder reingucken müssen naja und jetzt prompt hatte ich schon einmal Terminkaos das muss ich mir jetzt angewöhnen ich habe schon gesagt eigentlich brauche ich einen neuen Sekretär genau also ehrenamtliche Sekretäre bitte bei Sylvia melden bei mir vielleicht auch im Moment geht's noch im Moment geht's noch wer weiß wie sich's entwickelt ja ja sehr ja organisiert muss man da halt sein stimmt aber ich bin dann ja immer so kreativ dass ich wenn mir sowas passiert dann ganz schnell mich an die neue Situation anfassen kann und sagen kann ja ja klar ich bin da kein Problem ja sofern du da nicht noch einen anderen Termin vereinbart hast das ist ja alles kein Ding naja also ich habe jetzt auch wieder einen Dienst da hätte ich jetzt Spätdienst da habe ich drei Termine an dem Tag da habe ich dann zu meinem Chef gesagt da müssen wir irgendwas switchen und das geht dann ja auch meist aber ich hätte natürlich im Vorfeld das erkennen können dass es so geht und ich hätte ihm sagen müssen dass ich da drei Termine habe und dann hätte er mich da ja nicht zum Dienst eingeteilt jetzt muss ich halt jemanden fragen oder mit mir tauscht und ja wahrscheinlich wird es kein Problem sein aber ja ja also ein bisschen achtsamer sein mit dem Termin ja ja es ist halt ja naja Selbstdisziplin ist da ein bisschen mehr gefordert aber es ist im Moment einfach auch zu viel mit Tag und Nacht und früh und spät und ja das ist gerade echt ziemlich ja mache ich jetzt nicht mehr so lange glaube ich glaube ich glaube ich auch nicht so lange machen solltest also vielleicht dieses Jahr noch aber dann ist auch gut dann muss da irgendwie eine andere Lösung her weil auf Dauer macht es keinen Spaß nee dann zermürbt ich das auf Dauer ja und man man vergisst dann trotzdem also man vergisst dann einfach nicht weil man unorganisiert ist sondern man vergisst weil es einfach zu viel ist weil es zu viel ist das muss ja nicht sein also ja im Moment macht es noch Spaß und es ist noch okay aber ich merke dass es auf lange Sicht nicht okay sein wird ja und für deine Aufgaben dort in dem Institut kannst du mit einem Brau ja kein Sekretär eben von daher nee würde der da auch mir helfen nee der würde nur sehr bedient helfen ja gut paar Sachen würden schon okay würden schon gehen könnte man auch gut abgeben aber im Moment wollen sie so ein bisschen von diesem Dokumentationszeug und so auch weg und von daher ich bin da guter Hoffnung dass sich das Ganze wieder so ein bisschen mehr entspannt in Zukunft so bestimmt vieles liebe Andrea ja weißt du dass wir schon wieder ewig quatschen ja weiß ich ich muss los ich muss nämlich noch tanken und meine Tochter abholen und mit dem Hund muss ich auch noch gehen ja ich habe einen urlaubenden Ehemann zu Hause der der ich heute auch noch sehen will ja heute morgen im Auftrag der Schwiegermutter wenn er unterwegs dann können wir heute noch schönes machen außer nichts ja dann genießt mal noch den Tag den Abend genau also ich habe jetzt auch gerade mal noch überlegt ob ich nicht vielleicht mir noch einen Wein kaufen soll und heute Abend bei diesem schönen Wetter ist immer ein guter Plan so ein bisschen auf der Terrasse ein Glas Wein so lange haben wir vermutlich nicht mehr so die Sommerabende wo man schön draußen sitzen kann und jetzt wird es nochmal richtig heiß ja bei uns ist es schon richtig heiß ja bei uns war es jetzt heute auch sehr sehr heiß sehr warm aber gestern Abend war es noch nicht so schön mal schauen ob der also ob das anhält so ein bisschen wenn die Sonne weg ist und da könnten wir jetzt auch wieder zum Thema Flexibilität und Realität anerkennen könnte ich mich jetzt fürchterlich ärgern dass wir nicht eine Woche später da hochgefahren sind an die Ostsee auch noch mal richtig heiß ja könntest du dich ärgern aber naja bringt halt nichts mach ich nicht weil erstens mal habe ich es mit der Hitze nicht so obwohl die natürlich am Strand und im Strandkopf schöner aus leichter auszuhalten aber wir hätten dann auch die Hitze beim Autofahren gehabt und all solche Sachen nö nö alles gut so alles gut so ja sowieso nichts ne genau also jammern hilft nicht habe ich das nicht schon mal im Podcast irgendwie gesagt dass ich eine Chefin hatte die immer gesagt hat wenn ich gesagt habe jammern hilft nicht dann müssen wir das jetzt halt so und so machen dann hat die immer gesagt es gibt immer einen Grund zum Klagen und ich habe immer gesagt nein Hilfe das ist gruselig ja es gibt immer einen Grund zum Klagen und sie hat sich auch immer gern ausgiebig beklagt dann ging es erst wieder weiter auch eine sehr kreative aber das war immer sehr sehr witzig ich habe immer gedacht oh nee nicht jetzt jammern und dann habe ich habe ich das manchmal unterbrochen oder unterbrechen wollen und habe dann eben gesagt ja man hilft nicht wir müssen jetzt mal denken was machen wir denn jetzt damit und dann es gibt immer einen Grund zum Klagen schrecklich ja eigentlich schrecklich aber ich habe sie sehr sehr gern gehabt das ist die Hauptsache das ist die Hauptsache muss da echt oft drüber lachen ja gut aber es hilft nichts also ich kann jetzt den Stempel hier auch nicht weitermachen ich muss jetzt mein Töchterchen abholen Feierabend machen ja genau ja also kreative Muskel trainieren macht stark fürs ganze Leben ein Rann an die Pinsel und los geht's jawohl ich habe nichts zum Auswaschen weil ich nicht gepinselt habe ich habe vorhin jetzt ja nicht gepinselt aber vorhin also habe ich hier ich kann höchstens dazu ein bisschen mit meinen Stempel Stempel messern mit dem Schnitzwerkzeug klappern ja Silvia das war wieder eine sehr schöne Session es hat fürchterlich gekraft ich hoffe es passt alles bei der Aufnahme ich hoffe auch ja ansonsten da das mit dem Video Upload und so ja für mich auch immer ein bisschen zu lang dauert auch den höheren Tarif und schauen wir wie es dann wird tatsächlich um Atelier zu tun weil oben war es immer einwandfrei von daher let's see okay liebe Zuhörer bis zum nächsten Mal wir freuen uns drauf lasst gerne eine Nachricht da wie euch die Sendung gefallen hat und ja wie immer posten wir habt wir nehmen die gerne auf und sprechen darüber beim nächsten Mal wenn es heißt malfreunde.fm Podcast für Kreativität und Lebensfreude beitere Woll ciao dies war eine weitere Folge von Malfreunde.fm deinem Podcast für Kreativität und Lebensfreude Sylvia Eichhoff und Andrea Gunkler verabschieden sich für diese Woche lass uns gern wissen wie dir diese Folge gefallen hat und kommentiere bei Facebook auf Instagram oder auf unserer Homepage wir hören uns nächste Woche wieder bis dann 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 bis dann